Moin, herzlich willkommen, neue Folge Frag Calcio. Heute am Dienstagmorgen aufgenommen. Ihr werdet wahrscheinlich das Ganze frühestens am Dienstagnachmittag vor dem ersten EM-Halbfinale sehen. Heute mit mir Christoph Kröger und heute auch mal wieder mit unserem Partner Adidas. Wo sind sie? Da sind sie. Okay, vielen Dank an Adidas, dass sie uns vor allem jetzt während der EM bei Twitch, aber auch natürlich hier bei YouTube so tatkräftig unterstützen. Vielen Dank aber natürlich auch an euch mal wieder für eure Fragen, die ihr wie immer auf dem YouTube Community Tab gestellt habt. Oder auch als Supporter auf dem für Supporter exklusiven Discord Channel. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, gerne natürlich dieses Video liken, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, könnt ihr auch liken. Ja, warum denn auch nicht? Und wir haben gesehen, es gucken immer noch einige unserer Videos, ohne den Kanal abonniert zu haben. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn sich das ändert. Und damit gehen wir rein mit einer Frage von Discord von Dermikele. Dermikele schreibt, moin Meister, kurz und knackig, wie sportlich gut ist die EM bisher wirklich? Grüße aus der Stadt, die heißt wie eine Kirche in Ulm. Ja, kurz und knackig, wie immer lässt sich diese Frage nicht kurz und knackig beantworten. Aber ich versuche mich kurz zu halten. Ich glaube, wir müssen hier positiv rein starten. Mit Positivität ist es Dienstagmorgen. Man muss hier nicht gleich mit schlechter Laune reingehen. Ich glaube, es gibt vieles an dieser EM, was wirklich, wirklich gut läuft. Und auch dieser ganzen Fußball-Community gut tut. Nach den vergangenen Turnieren, nach einer WM im Winter in Katar, nach einer EM, die in mehreren Ländern stattgefunden hat und komplett auseinandergezerrt wirkte, in meinem Empfinden. Da konnte nicht in einem Land so eine Stimmung entstehen. Da waren nicht die Städte voll mit Fans unterschiedlicher Nationen. Und natürlich dann auch die WM davor in Russland. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Die Stimmung ist top in den Stadien, außerhalb der Stadien. Die Atmosphäre ist top. Die Spannung ist ja auch top. Also das liegt natürlich daran, dass die Spiele, viele der Spiele eng sind und vor allem auch einige jetzt schon ins Elfmeterschießen gegangen sind. Aber sportlich muss man, glaube ich, bilanzieren, seit dem zweiten Spieltag nimmt die sportliche Qualität dieser EM massiv ab. Oder sagen wir konstant ab. Man kann das ja aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Zum einen ist das, was auf dem Feld passiert, von hoher sportlicher Qualität. Ist das guter Fußball, der gezeigt wird. Und da gibt es durchaus Spiele, glaube ich, wo man einiges mitnehmen kann. Wo wirklich einige Aspekte dabei sind, wo ich sage, ja, das sieht schon richtig gut aus. Wenn man sich jetzt aber, wenn man auf den Entertainment-Faktor von Fußball guckt, dann muss man wirklich sagen, ist das doch schon insgesamt eher mau. Das liegt vor allem daran, dass nicht nur wenig Tore fallen insgesamt, sehr, sehr wenig, sondern auch einfach sehr wenig Chancen herausgespielt werden. Gerade jetzt in der K.O.-Phase. In der Gruppenphase wurden die Tore schon immer weniger und die Spiele auch immer so ein bisschen, ja, umkämpfter kann man es natürlich formulieren. In der Gruppenphase haben wir es noch darauf geschoben, dass man halt mit diesem System, mit den besten Gruppendritten, dass viele Teams damit okay sind, auf unentschieden zu spielen. Aber das hat sich in der K.O.-Phase nicht geändert, obwohl es natürlich mehr oder weniger ein Münzwurf ist dann im Elfmeterschießen. Ist keine Glückssache, ja, da gehört einiges mit dazu. Und es ist auch, glaube ich, keine Überraschung, dass sich vor allem die Teams mit der höheren individuellen Qualität in den Elfmeterschießen durchgesetzt haben. Aber wenn du auf das guckst, was die Mannschaften für Chancen kreieren in diesen Spielen, das ist dann schon sehr, sehr zäh. Also ich habe es einfach mal für euch zusammengerechnet. Portugal gegen Slowenien nach 90 Minuten ein kumulierter Expected Goals-Wert, also von beiden Teams 1,28. Frankreich-Belgien 1,29, Frankreich-Portugal 1,63 nach 90 Minuten. Ey, guckt euch mal an, was bei Frankreich gegen Portugal für Qualität auf dem Platz stand. Das ist ein Verbrechen am Fußball, dass die zusammen über 90 Minuten keine zwei Expected Goals generiert bekommen. Und ich werde es gemerkt haben, ich habe hier kein einziges England-Spiel erwähnt, weil da zum Beispiel gegen die Slowakei die Slowakei halt den Expected Goals-Wert hochgetrieben hat. Also das ist einfach vom Gesamtunterhaltungswert sehr, sehr gering. Und wie gesagt, ich will diese EM nicht schlecht reden. Die hat sehr viel Gutes, deswegen bin ich so eingestiegen. Aber wenn man da ganz objektiv mal drauf schaut, dann ist das schon wirklich, wirklich mau. Ist halt natürlich die Frage, woran hatte ich die Lehne? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hatte ich die Lehne? Und fragt man sich immer, woran ich die Lehne hat. Zum einen, woran liegt das? Zum anderen, wie kann man das vielleicht auch ändern? Wir haben in einem Stream bei Magenta, haben wir neulich über so eine Spaßreform gesprochen. Nicht ganz ernst gemeint, beziehungsweise eigentlich, ich meine sie ernst, aber es ist komplett unrealistisch, dass sowas überhaupt mal irgendwann zur Debatte steht. Und zwar, wenn es solche Spiele gibt, die über 90 Minuten einfach nur zäh sind, wo wirklich wenig passiert, dass uns dann noch zweimal 15 Minuten Verlängerung aufgezwungen werden, das ist wirklich frech. Das ist einfach frech. Deswegen mein Reformvorschlag, wenn ein Spiel über 90 Minuten, wenn zwei Teams über 90 Minuten kumuliert, keine zwei Expected Goals zusammenbekommen haben, geht das Spiel direkt ins Elfmeterschießen. Weil ich kann für meinen Teil sagen, vor allem, ich glaube nicht mal nur, wenn man objektiv, wie ich dann in den meisten Spielen drauf guckt, sondern wenn man auch Fan einer Mannschaft ist. Elfmeterschießen ist geil. Elfmeterschießen, ja, da kannst du vorher noch so schlecht spielen, da wird es spannend, weil da zählt eben jeder Elfmeter, jede Parade, jeder Moment. Da ist so viel Druck drauf, das ist spannend und ich liebe Elfmeterschießen. Also, keine 2xG nach 90 Minuten, zack, direkt ins Elfmeterschießen. Das wären halt Spiele wie Portugal, Slowenien, Frankreich, Belgien. Bei Portugal, Slowenien muss man ja sogar noch fairerweise dazu sagen, dass die Verlängerung das Spannendste an dem Spiel war. Das kann natürlich auch passieren. Aber ich sag mal so, wenn wir nach 90 Minuten direkt in dieses Elfmeterschießen gegangen wären, wo Diogo Kosch da drei Elfmeter hält, nacheinander, wäre ich auch okay gewesen dann letztendlich. Vor allem hätten wir dann alle ein bisschen Zeit gespart. Und die Frage ist natürlich, also das wird nie passieren, gar keine Frage, vielleicht hätten wir ja noch eine gute Idee, wie man das verhindern kann. Aber ich glaube, das wird sich auch in Zukunft so fortsetzen, weil ja so ärgerlich es auch ist, Mannschaften wie Frankreich und England mit dieser Art Fußball zu spielen seit Jahren Erfolg haben. Mannschaften mit hoher individueller Qualität setzen darauf, hinten nicht zuzulassen und dann den entscheidenden Treffer zu machen, um irgendwie weiterzukommen. Ist ein bisschen Trugschluss gerade bei dieser EM, weil sowohl Frankreich als auch England mussten durchs Elfmeter schießen. Und da kann es halt dann auch schnell mal schief gehen. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied, ob Mannschaften wie Griechenland 2004 oder keine Ahnung wie Slowenien jetzt, wenn solche Mannschaften auf so einen Terrorfußball, wird es ja immer gerne genannt, setzen. Also wirklich auf dieses Hauptsache kompakt stehen, ja nichts zulassen und dann nach einem Standard, wie es bei Griechenland häufig der Fall war, oder halt dann mit einem Umschaltmoment das eine Tor zu machen, was dann reicht zum Weiterkommen. Wenn solche Mannschaften mit der Devise in so ein Turnier gehen, ich glaube, das akzeptieren wir alle, da sind wir alle cool mit. Was halt das große Problem, und das entwickelt sich jetzt, finde ich, über mehrere Turniere, aufgrund des Erfolgs von Frankreich mit dieser Spielweise und auch England zum Teil, was, glaube ich, das große Problem von vielen Fußballfans ist, dass halt eben diese Mannschaften das auch so machen, obwohl sie ja ganz anders spielen könnten, weil sie einfach diese unfassbare Qualität haben. Und es gab auch mehrere Fragen zu, ja, Unterschied Frankreich-England, da haben wir jetzt schon in mehreren Videos drüber gesprochen, ich sage nur eine kurze Sache noch dazu, ich finde es aus französischer Perspektive durchaus akzeptabler, mit dieser ultra pragmatischen Art Fußball zu spielen, weil der Kader halt nicht so einseitig ist, was die Qualität angeht. Und guck dir England an, wie viel Qualität in der Offensive steckt und im Verhältnis dazu in der Defensive, bei Frankreich ist das schon sehr ausgeglichen, mit vielen guten zentralen Mittelfeldspielern vor allem auch, da finde ich es noch eher akzeptabel, aber das ist, glaube ich, das, was uns stört, diese Erwartungshaltung an diese Mannschaften, weil wir diese Spieler kennen, wir kennen diese Namen, wir wissen, was sie die ganze Saison über gezeigt haben, wir wissen, dass diese Vierer-Offensive von England irgendwie fast 130 Scorer gemacht hat zusammen. Und bei dieser EM kriegen sie nichts geschissen, weil ihr Trainer sagt, darauf kommt es nicht an. Und was es dann irgendwie nochmal maximiert, dieses Gefühl, dieses Frustgefühl, vielleicht auch aus Fanperspektive, ist, dass wir bei Mannschaften wie Deutschland und Spanien sehen, dass du als Favorit auch einfach anders spielen kannst oder als Mitfavorit, als Mannschaft, die sehr viel Qualität hat. Es geht anders. Spanien steht auch im Halbfinale. Und das mit einem durchaus schwierigeren Weg als jetzt andere, als die Niederlande beispielsweise oder auch als England. Ja, also wir sehen, dass es anders geht. Die große Gefahr ist natürlich einfach, dass diese Defense-Wins-Championship-Mentalität einfach immer weiter zunimmt, dass sich andere Top-Nationen da auch immer mehr von inspirieren lassen. Ich meine, Belgien hat es ja schon gemacht. Aber wie gesagt, in meinen Augen ist das ein Trugschluss. Ich bin der Meinung, das ist nichts, worauf du setzen solltest, weil, in meinen Augen zählt immer noch, wenn du dir viele gute Chancen kreierst, hast du über Dauer oder Aufdauer mehr Erfolg als mit, wir versuchen aus wenigen Chancen und einer guten Defensive das Maximum rauszuholen. Und vor allem mit dem Trugschluss jetzt, Frankreich und England mussten durchs Elfmeter schießen. Ja, da zählt auch eine gewisse individuelle Qualität, eine Erfahrung in solchen Momenten. Aber trotzdem, ey, umso bitterer ist es, dass Spanien und Deutschland schon im Viertelfinale aufeinander getroffen sind. Und ich habe noch einen Tweet mitgebracht von Martin Raffelt, der war ja auch bei uns in einem Stream zu Gast. Der hat geschrieben, Also, er sagt, wir, die hier solche Sachen vor der Kamera machen, Aber auch Fans und vor allem Leute, die auf Social Media sich äußern, sollten nicht so tun, als wenn das the way to go ist, um in Turnieren Erfolg zu haben, um generell im Fußball Erfolg zu haben. Weil, und das sagt er jetzt auch, weil es die Meinungen von vielen anderen beeinflusst und das Spiel insgesamt schlechter und ununterhaltsamer macht. Weniger unterhaltsamer macht, so heißt es. Und das will ich eigentlich nur erreichen, es macht halt das Spiel leider unschön. Und das ist nicht der Fußball, den viele von uns gerne sehen wollen. Kommen wir zur zweiten Frage. Kommt von Zikri. Z-Q-R-I-I. Gude, kleine Vereinsfrage, denn das Transferfenster ist ja jetzt schon seit einer Woche geöffnet. Von den bisherigen Transfers, welchem Bundesliga ist, traust du diese Saison einen Schritt nach vorne zu? Ja, haben wir schon beinahe vergessen, ne? Bald ist ja auch schon wieder Bundesliga. Man muss grundsätzlich sagen, es ist noch relativ wenig passiert auf dem Transfermarkt. Das ist aber üblich, wenn ein Turnier stattfindet im Sommer. Also schauen wir auf Bayern. Gut, da gab es jetzt mit Michael Ullis den ersten großen Transfer. Leverkusen ist noch nicht viel passiert. Der BVB kommt jetzt so langsam ins Rollen. Waldemar Anton ist immerhin offiziell. Bei manchen mag ich, bei manchen Bundesligisten mag ich die Zugänge. Aber da schaue ich auf die Abgänge und sage, sind die wirklich einen Schritt nach vorne gekommen? Oder hält sich das ungefähr die Waage, weil man hat eben auch wichtige Spieler verloren? Stuttgart zum Beispiel finde ich da ein sehr gutes Beispiel. Oder auch Leipzig. Also wenn die Xavi-Simmons verlieren, dann sage ich, ja, ich mag die Neuzugänge. Aber sind sie wirklich besser geworden auf dem Papier? Deswegen hier wirklich nur die, wo ich sage, die sind Stand jetzt besser oder sind auf dem Papier zumindest besser als letztes Jahr. Und da muss ich über Wolfsburg sprechen. VW Money regelt auf jeden Fall. Die haben sich Mo Amura geholt von Union Saint-Gilles-Oise für 17 Millionen. 24-Jähriger, der bei Saint-Gilles-Oise quasi der Nachfolger von Dennis Undorf war. Hat in 23 Ligaspielen 19 Scorer erzielt. Ist ein Spieler, den ich schon mal für einen Shopping-Guide, glaube ich, so im erweiterten Kandidatenkreis hatte. Im vergangenen Sommer, beziehungsweise ich glaube eher im Winter. Ein relativ kleiner Spieler, Stürmer, ziemlich schnell, gute Übersicht, guter Abschluss. Der schreit halt nach einer Doppelspitze. Oder Halbraum, Zehner und Hasenhüttl, der hat ja viel rumprobiert mit der Grundordnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auf eine Doppelspitze hinausläuft. Vor allem, wenn Jonas Wind bleibt. Mo Amura neben Jonas Wind, könnte ich mir interessant vorstellen. Dann haben sie sich Kamil Grabara geholt. Stichwort Shopping-Guide, den hatte ich da auch mal mitgebracht. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, für welches Team. Das ist ein polnischer Torhüter, der hat jetzt 13,5 Millionen gekostet. Hat bei Kopenhagen gespielt und hat da sehr gut gespielt. So gut, dass er eben mir aufgefallen ist. Beziehungsweise, dass ich ihn mitgebracht habe für einen Shopping-Guide. Sehr, sehr spannender Spieler. Sollte der nächste Stammtorhüter bei Wolfsburg werden. Und Benze Dardai. Benze Dardai von der Hertha gekommen. 18 Jahre alt, ablösefrei. Ein super spannender Spieler, der wirklich ein großes Potenzial. Zu haben scheint. Und die Abgänge sind absolut verkraftbar. Also für mich einer der größten Qualitätsgewinner bisher. Aber es ist auch noch viel Zeit. Hat noch nicht viel zu bedeuten. Ich muss dann aber auch die Eintracht nennen. Can Usun. Ihr wisst, was für ein großer Fan ich bin. Ich halte extrem viel von ihm. Hat 11 Millionen jetzt gekostet. Dann Iketike zählt jetzt mit zu diesem Transferfenster. Den hat man geholt für 16,5. Muss man auch positiv betrachten. Vor allem nach dem Saison-Endspurt. Letzten fünf Spiele, fünf Scorer. Du hast Kochfest verpflichtet. Du hast mit Christian Dichtes ein großes Talent geholt. Du hast spannende Spieler von ihren Laien zurückbekommen. Auch das muss man bei der Eintracht, finde ich, beachten. Mit einem Martanovic, der in der zweiten Liga sehr, sehr gut gespielt hat. Mit einem Ali Du, mit einem Nathaniel Brown. Bin ich gespannt, was mit den drei passiert. Ob die nochmal ausgeliehen werden. Oder vielleicht sogar eine Chance bekommen bei der Eintracht. Und du hast, ja, zwei Legenden verloren. Mit Rode und Hasebe. Dazu noch Jakic. Das sind in meinen Augen Abgänge, die eher auf dieser Soft-Ebene mehr wehtun als auf der sportlichen. Dementsprechend mag ich das bisher sehr, was die Eintracht gemacht hat. Noch zwei Honorable Mentions. Union Berlin. Die haben sich Laszlo Benisch geholt. Ich glaube, es wäre egal gewesen, welcher Klub sich Laszlo Benisch geholt hätte. Ich hätte sie als Gewinner genannt. Ganz so extrem ist es nicht. Aber ich bin sehr von der Qualität von Laszlo Benisch überzeugt. Hat sich hervorragend entwickelt beim HSV. Sie haben sich Ivan Bretagin geholt. Der hat für Wiesbaden die letzten zwei Jahre geknipst wie blöde. Sowohl in der dritten als auch in der zweiten Liga. Das ist halt für den jetzt der nächste Ligasprung aufwärts. Mal sehen, wo die Fahnenstange dann sozusagen erreicht ist. Und sie haben sich Leo Querfeld geholt. Riesen Innenverteidiger-Talent aus Österreich. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das könnte ein richtig guter Robin-Knoche-Ersatz sein. Weiß nicht, wie weit er qualitativ schon ist. Aber immer wenn ich mit Fans des österreichischen Fußballs gesprochen habe oder wenn wir über Talente gesprochen haben, Leo Querfeld wurde immer mit als einer der Ersten genannt. Und Gladbach, weil bei Gladbach, es gab auch ein, zwei Fragen explizit zu Gladbach. Ich will sie hier einmal mit unterbringen. Da habe ich ein ganz ambivalentes Verhältnis zu diesen Transfers. Ist eine der Mannschaften, die jetzt schon ein bisschen mehr gemacht haben. Weil wenn wir da drauf schauen und die Frage zielt ja darauf ab, haben sie Gladbach besser gemacht? Ich würde sagen, ja. Ja, machen sie Gladbach zu einer potenziellen Top-7-Mannschaft? Ja, das, was Gladbach in letzter Zeit halt häufig war in den letzten Jahren, wo man gesagt hat, ey, wenn da alles passt, dann könnten die wirklich auch, ja, europäisch spielen. Das glaube ich nicht. Machen sie Gladbach interessant? Nein, limitieren sie Gladbach vielleicht auch irgendwo? Ich befürchte, ja. Das sind alles tolle Spieler mit Kleindienst, mit Stöger allen voran nach dieser Saison. Philipp Sander, super interessanter Spieler. Durchschnittsalter dieser drei Transfers ist 28 Jahre. Das Potenzial ist, glaube ich, nicht nur was das Alter angeht, sondern was auch den sportlichen Aspekt angeht, limitiert. Das ist begrenzt. Ja, und dann trennst du dich auch noch mitten im Transferfenster von deinem Sportdirektor. Also, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Wie gesagt, tolle Spieler, auf den ersten Blick tolle Transfers, aber wenn man das Big Picture betrachtet, weiß ich nicht so ganz, wo die Reise für Gladbach hingehen soll. Das hat einfach so ein Vibe von einfach Mittelfeld, Bundesliga-Mittelfeld, dass man sich quasi darauf vorbereitet. Ja, vielleicht sagen die Fans, ja, das ist auch das, was wir erstmal haben wollen. Erstmal wieder auf beiden Beiden stehen und dann mal sehen, was nach oben geht. Nächste Frage kommt von Thorsten Gehring, Thorsten Gehring898. Bevor ich zur Frage komme, muss ich einen Schluck Kaffee trinken, weil ich habe hier immer den Kaffee stehen und ich vergesse immer während des Frag-Kalt-Schuss was daraus zu trinken. Und er sagt, kalt, wenn ich durch bin. So. Thorsten fragt, wer ist denn Stand jetzt Favorit auf dem Ballon d'Or? Da Kroos und Winnie aus EM und Coppa raus sind und Bellingham mit England Augenkrebsfußball spielt, auch eine schöne Formulierung, somit liefern meine drei Top-Kandidaten derzeit nicht ab. Daher die Frage. Wie ich das bei solchen Fragen immer so mache, schaue ich erstmal auf die Wettquoten, weil das ist genau genommen, das sind dann genau genommen die Favoriten. Und da hast du lustigerweise, wahrscheinlich auch ganz bewusst, diese drei Spiele angesprochen. Vinicius Junior ist aktuell immer noch Favorit. Und danach Jude Bellingham, Toni Kroos, dahinter haben wir Mbappé, Harry Kane, Phil Foden und Rodri. So sieht es aktuell bei den Wettanbietern aus. Ja, und ich habe einen haushohen Favoriten und ich glaube, ich habe es auch schon irgendwo mal formuliert, dass, ich glaube, als ich mit Nico eine Reaction aufgezeichnet habe, haben wir eigentlich beide gesagt, der Ballon d'Or ist, glaube ich, entschieden. Der Ballon d'Or ist, glaube ich, entschieden, weil es zählt ja jetzt immer noch, immer nur die Saison sozusagen, das heißt nur die gleiche Länge an Zeit, nur verschoben. Das war ja vorher das Kalenderjahr. Jetzt ist es die Saison und die Saison ist nach der Coppa und der EM vorbei. Und ich glaube, die Nummer ist durch, weil die Saison bei Real zählt da mit rein. Das war seine erste Saison als so junger Spieler bei einem, wenn nicht dem größten Klub der Welt. 23 Tore, 11 Vorlagen in Liga und Champions League, wichtige Tore dazu erzielt, vor allem in der Liga gerade zum Saisonstart. Ja, bei der EM aktuell nicht gut. Also was heißt nicht gut? Ja, vielleicht spielt er nicht so, wie man das vielleicht erwartet hat, aber da sind wir nochmal beim Thema Erwartungshaltung an eine Mannschaft wie England und das, was man bekommt. Wer spielt denn gerade wirklich eine gute EM bei England? Könnt ihr von mir aus Jordan Pickford sagen, weil er wenige Gegentore kassiert hat. Okay, und ein Elfmeterschießen, da muss ich eine Story erzählen, weil ich es gelesen habe. Jordan Pickford hatte ja beim Elfmeterschießen gegen die Schweiz diese Flasche, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wo wirklich fein säuberlich quasi eine Bedienungsanleitung für dieses Elfmeterschießen draufstand. Bei welchem Spieler er was machen soll. Und bei Akanji hat das wunderbar funktioniert. Ja, da stand, ich glaube, Dive Left war es und er ist nach Left gedeift, ja, hat den Elfmeter gehalten. Aber dann zum Beispiel beim Fabian Scheer stand, täusch rechts, anspringen links, nagelt mich jetzt nicht auf, ja, ob es wirklich so rum war oder andersrum. Sagen wir jetzt mal, täusch rechts an, spring links. Was macht Jordan Pickford? Täuscht links, anspringt rechts und wo geht der Ball rein? Auf der anderen Seite. Das ist für mich irgendwie so, piekt Jordan Pickford. Aber ja, kann man nennen, aber ansonsten, worauf ich hinaus will, ist, keiner bei England glänzt. Und das Ding ist halt, Jude Bellingham, was ihn halt nochmal abhebt, ist zum einen dieses erste Tor im Turnier, ein unfassbarer Kopfball. Und dann eins der historischsten EM-Tore, eines der besten EM-Tore aller Zeiten, was in die Geschichte eingehen wird. Was in sämtliche Highlight-Reels eingehen wird, was immer gezeigt wird. Da siehst du, da siehst du Van Basten, Gascoyne, von mir aus Shaqiri, Jude Bellingham und noch diverse andere Balotelli. Diese Tore wirst du sehen und das Tor, dieser Fallrückzieher von Jude Bellingham, wird genauso damit reingehen. Und Nico sagt ja immer so schön, und das ist, da gehe ich zu 100% mit, der Ballon d'Or ist ein Narrativ-Award. Und Jude Bellingham erzählt Narrative diese Saison wie kein anderer Spieler. Und die wichtigsten Narrative, abgesehen von der Champions League, sind noch nicht fertig geschrieben. Und da mag England Augenkrebsfußball spielen, aber wenn Jude Bellingham auch noch diese EM gewinnt oder zumindest ins Finale einzieht, ist ihm das, glaube ich, nicht mehr zu nehmen. Die Coppa ist auch noch nicht durch, Brasilien ist raus. Ich glaube, Vinicius Junior wird damit auch seine Chancen, also sind auf jeden Fall limitiert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er den Award gewinnt. Und für Toni Kroos ist, glaube ich, das Viertelfinal aus mindestens eine Runde zu früh gewesen. Das wäre dann eher so ein Karriere-Award. Hat eine tolle Saison gespielt, hat wieder die Champions League gewonnen. Aber ich glaube halt eben, das Narrativ bei der Heim-EM im Viertelfinale auszuschalten, ist dann doch etwas zu wenig. Vor allem im Vergleich, Mbappé kommt dahinter in der Champions League zu wenig gewesen, bei der EM bisher unauffällig. Aber nochmal, das kann sich ändern und die Narrative eines solchen Turniers werden vor allem dann in den letzten Zügen geschrieben. Im Halbfinale und vor allem dann im Finale. Und deswegen zum Beispiel Harry Kane und Phil Foden. Also Harry Kane wird, glaube ich, schwierig, aber Phil Foden hat eine herausragende Premier League-Saison gespielt. Jetzt nur mal angenommen, einer von den beiden schießt England irgendwie im Alleingang ins Finale und entscheidet dann auch noch das Finale. Dann ist er plötzlich wieder einer der Top-Favoriten. Also so schnell kann sich das, glaube ich, ändern, weil das sind die Spiele, die für so einen Award zählen. Ob wir das gut finden oder nicht. Ich finde, weil ich Rotri hier mit auf der Liste gesehen habe, das ist echt ein Under-the-Radar-Kandidat. Ich glaube am Ende nicht, dass er es gewinnt, aber wenn Spanien Europameister wird, dann ist er, glaube ich, mit seiner Gesamtperformance in der Saison schon einer, der gute Karten hat. Vielleicht so einen Top-3-Finish hinlegt. Aber wie gesagt, diese EM und aber auch die Coppa, von der Coppa ist ja außer Vinicius Junior halt keiner im Favoritenkreis. Und Vinicius Junior ist raus. Deswegen, glaube ich, wird die Coppa hier nicht viel mit am Hut haben. Aber gerade die EM, da kommt es jetzt drauf an, auf die nächsten drei Spiele. Die Opferoma14 hat eine Frage gestellt. Servus, Krögi. Wer ist deiner Meinung nach der beste Spieler der EM gewesen bis jetzt? Grüße aus der Heimatstadt von Markus Söder. Grüße an Familie Söder. Wobei, ja, doch an die Familie schon. Wer ist der beste Spieler der EM? Stand jetzt. Also, ihr wisst, Aufnahme vor beiden EM-Halbfinals. Ich habe noch nichts gesehen, was da stattfindet. Und auch hier ist es so, gerade wenn wir über bester Spieler der EM sprechen, kann sich das natürlich in den letzten drei Spielen nochmal massiv ändern. Ich habe mal ein kleines Ranking vorbereitet, weil ich finde es relativ schwierig. Schwierig. Da war es wieder. Schwierig, 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 schwierig. Ich finde es relativ schwierig, dass, also ich finde, es gibt vier Kandidaten. Ich habe sie mal in der Reihenfolge gebracht, aber ich finde, über die vier lässt sich streiten. Drei Spanier dabei. Vielleicht bin ich da ein bisschen bei. Aber ich meine, sie spielen den besten Fußball und es gibt da einige Spieler, die herausstechen. Aber meine Nummer eins, Stand jetzt, ist kein Spanier, sondern ein Niederländer, nämlich Cody Ragbo. Cody Ragbo hat vier Torbeteiligungen und da war das 2 zu 1, dieser Siegtreffer gegen die Türkei natürlich nicht mitgezählt. Weil das gilt als Eigentor. Aber er hat da erheblichen Anteil dran, dass dieser Ball am Ende ins Tor landet und die Niederlande das Spiel dreht. Und generell in seinem ganzen Auftreten einer der auffälligsten Spieler, in meinen Augen stand jetzt der beste Spieler. Auf Platz 2, Dani Olmo, als quasi unfassbarer Edeljoker, wenn man so will. Der hat auch vier Torbeteiligungen, aber hat viel weniger gespielt als alle anderen, die hier irgendwie eine Rolle spielen. Der hat, das erste Spiel wurde eingewechselt, das zweite Spiel hat er gar nicht bestritten, da war er komplett auf der Bank. Das dritte Spiel, da haben sie ja komplett rotiert, da stand er in der Startelf, das war sein einziges Spiel in der Startelf. Und dann kam er, glaube ich, noch zweimal von der Bank. Früh gegen Deutschland, weil sich Petri verletzt hat, aber trotzdem, das, was er aus seiner ja doch limitierten Einsatzzeit gemacht hat, ist wirklich beeindruckend. Auf Platz 3 Fabian Ruiz, so ein bisschen unterm Radar, wie gut der eigentlich, wie wichtig der für Spanien ist, was der für ein gutes Turnier spielt. Ich finde, man kann in dem Zuge auch über Rotrich sprechen, aber ich finde, Fabian Ruiz war nochmal ein bisschen auffälliger, war auch an Toren beteiligt. Gut, Rotrich hat auch eins gemacht. Aber Laminia Mall ist für mich auch noch mit in der Verlosung auf Platz 4 der drei Torbeteiligungen als fucking 16-Jähriger. Hör mal. Der hat ihn immer noch nicht getroffen, aber der hat drei Vorlagen, spielt ein richtig gutes Turnier. Generell finde ich es dann so ab dem Bereich sehr, sehr offen, da kommen einige, sind einige, finde ich, die hier eine Rolle spielen könnten. Ich finde aber schon, dass du mindestens mit deiner Mannschaft bis ins Halbfinale eingezogen sein musst, um der beste Spieler der EM zu werden. Aber wie gesagt, auch hier sind die Halbfinals sehr, sehr wichtig. Die drittletzte Frage von Bzzz1. Wie würde deine aktuelle Top-11 aussehen mit Spielern, die maximal 18 Jahre alt sind? Gruß aus der Regionalliga. Ganz einfach. Ganz einfach ist es natürlich nicht, weil gerade bei Spielern, die 18 oder jünger sind, hat man meistens noch nicht viel auf Profiniveau gesehen. Ich finde, so ein paar Spieler sind gesetzt. Ich habe mal hier eine Top-11 aufgeschrieben. Du könntest in der Offensive, die könntest du doppelt und dreifach besetzen und in der Defensive wird es schwieriger. Wir haben gerade über Laminia May gesprochen. Natürlich ist er auf rechts außen gesetzt. Wir spielen im 4-3-3. Rechts außen, Laminia May. Vorne drin, Stammspieler bei Brasilien, bei der Copa, bald Real Madrid-Spieler, Hendrik. Das waren so die beiden, die ich ganz schnell gesetzt hatte. Jetzt füllen wir das Ganze mal von, nee, wir gehen von vorne nach hinten, auch mal Dinge anders machen. Auf links außen habe ich den Chelsea-Neuzugang Estevão, weil bei vielen, also gerade bei Offensivkräften und gerade wenn man nach Südamerika schaut, da gibt es viele Spieler, die enormes Talent haben, viel Potenzial haben, dann vielleicht auch schon teuer wechseln, die aber in der Profiliga oder auf dem höchsten Niveau noch gar nicht so viel gezeigt haben. Estevão, finde ich, ist da eine Ausnahme. Der hat schon ganz gut geballt in Brasilien. Doppel-Acht gesetzt, Zaire Emery von PSG, ganz klar, Stammspieler bei PSG. Das war eine der einfacheren, eine der leichtesten hier in dieser Aufstellung. Dann die zweite Acht. Vielleicht habe ich da ein bisschen die deutsche Brille auf, die Bundesliga-Brille, aber Can Uzun. Es gibt natürlich noch andere zentrale Mittelfeldspieler weltweit, die da eine Rolle spielen, aber Can Uzun hat schon mehr gezeigt als viele andere in diesem Alter, auch wenn es in der zweiten Liga war. Aber die Leistungen da waren so herausragend gut, dass er jetzt eben mit dem Wechsel in die erste Liga belohnt wurde. Auf der Sechs, Louis Miley von Newcastle. Dann haben wir eine Viererkette, da habe ich quasi drei gelernte Innenverteidiger und einer, der hat Rechtsverteidiger gespielt. Ich komme dazu. Rechtsverteidiger ist Archie Gray, der hat bei Leeds gespielt, auch Rechtsverteidiger, aber ich glaube erst gegen Ende der Saison. Ist jetzt zu den Spurs gewechselt, hat aber eine gute Saison gespielt. In Verteidigung, Pao Kubasi von Barca war, glaube ich, zweite Saisonhälfte Stammspieler bei Barca. Leni Joro, Stammspieler bei Lille, großes, großes Talent, sehr, sehr spannender Spieler. Und auf links hinten, weil er das auch mal gespielt hat, aber bei Ajax vor allem in Verteidigung gespielt, Jorrel Hato. Jorrel Hato, auch der Stammspieler bei Ajax gewesen. Und im Tor, Tor war ganz schwer. Ich bin wirklich alle Torhüter, ich habe die mal nach Marktwert sortiert und ich glaube, der wertvollste 18-Jährige oder jüngere Torhüter hat einen Marktwert von 1,5 Millionen, die spielen halt einfach noch nicht auf höchstem Niveau. Es gibt aber einen, der hat immerhin ein Serie A Spiel. Spieltag stand er im Tor bei Florenz und das ist Tommaso Martinelli und deswegen wird er belohnt mit dem Startplatz hier in meiner Top 11. Die vorletzte Frage kommt von BenniFuchs00. BenniFuchs fragt, Moin Krüge, kurze Prediction von dir, wie sieht Deutschlands WM-Kader 2026 aus? Tatsächlich gab es da super viele Fragen zu. Ich habe die jetzt mal exemplarisch rausgesucht. Also wirklich, die EM ist abgehakt. Lag vielleicht auch daran, dass der Bundestrainer sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, ist ärgerlich, dass wir erst in zwei Jahren Weltmeister werden. Vielleicht haben deswegen halt viele schon oder blicken viele voraus auf die WM, die in zwei Jahren ansteht. Bei einer Beantwortung einer solchen Frage kannst du, glaube ich, nur in meiner Position verlieren. Du kannst dich, glaube ich, nur, du kannst nur in die Fettnäpfchen treten sozusagen. Man muss halt bilanzieren, der Kader von Deutschland, der jetzt bei der EM dabei war, ist relativ alt. Da wird es schon die ein oder andere Veränderung geben. Einige Wechsel sozusagen, ja, also Neuer, Müller, Kroos natürlich oder auch Gündogan. Das sind so vier Spieler, die wahrscheinlich aufgrund des Alters dann gar nicht mit dabei sein werden. Kroos ja safe nicht, Müller ja auch sehr sicher nicht. Gehen wir uns mal durch. Ich habe eine Startelf und dann sage ich euch noch so ein paar Backups. Im Tor, Testegen. Das habe ich vor der EM gesagt. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Neuer hat sich ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Also er ist maximal glimpflich aus diesem Turnier gekommen, würde ich es mal nennen. Konnte auch hier und da glänzen. Aber ich glaube, Testegens Zeit ist jetzt. Und das Ding ist, in zwei Jahren ist Marc-André Testegen vier Jahre jünger, als Manuel Neuer bei diesem Turnier war. Also der hat absolut noch ein, zwei Turniere drin. Backups von Testegen sind Alex Nübel. Ich glaube, dass der sich weiterhin gut entwickeln wird. Und dann bin ich gespannt. Die Nummer drei könnte natürlich dann ein erfahrener sein. Je nachdem, zum Beispiel, wenn Stefan Ortega mal mehr spielt. Ist, glaube ich, dann auch noch absolut im Rahmen, was das Alter angeht, um da mitzufahren. Es könnte aber auch einer dieser ganz Jungen sein. Da hängt es halt sehr von der Entwicklung ab. Zum Beispiel ein Dian Dramay von Ajax, ein Artubulu, ein Urbich. Mal sehen. Aber vielleicht einer von denen dreien. Linksverteidiger. Da nehme ich tatsächlich die gleichen mit, die auch dieses Jahr dabei waren. Mittelstadt und Raum. Es gibt da ein paar, wo es, glaube ich, sehr von der Entwicklung abhängt. Ein Finkgräfe beispielsweise. Tom Rote, Luca Netz. Da müsste halt aber einer von denen schon einen großen Sprung machen. Bei Finkgräfe, glaube ich, auch ein Vereinswechsel müsste da dieses oder nächstes Jahr dann stattfinden. Favorit wäre dann für mich eher Tom Rote, wenn alles richtig läuft. Beispielsweise Dortmund und keinen neuen Linksverteidiger. Und Tom Rote ist da plötzlich Stammspieler und kann sich belohnen. Rechtsverteidiger. Ich bin super gespannt, wie Joshua Kimmichs Karriere die nächsten zwei Jahre weiter verläuft. Wie sich das entwickelt. Wo er spielt. Bleibt er bei. Ist er in zwei Jahren noch Bayern-Spieler? Keine Ahnung. Ganz, ganz spannend. Und das kann wirklich auch in zwei Richtungen gehen. Vielleicht sprechen wir in zwei Jahren über einen 31 Jahre alten Kimmich, der keine Rolle mehr spielt. Vielleicht ist er ein absoluter Weltklasse-Rechtsverteidiger wieder. Aber ich nehme Kimmich mit. Kimmich ist bei mir gesetzt. Und dann nehme ich den Spieler mit. Da habe ich vor der EM schon gesagt, weit vor der EM war das mein Hot Take, dass Joshua Wagnumann mit zur EM fährt als Rechtsverteidiger. Und es sah zwischenzeitlich gar nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, die Zeit war dann etwas zu kurz bis zur EM. Wir haben jetzt noch zwei Jahre länger. Ich halte sehr viel von Joshua Wagnumann. Ich halte sehr viel von seinem Potenzial. Ich mag ihn als Spieler sehr, sehr gerne. Der wäre dann 25. Wenn der einigermaßen verletzungsfrei die nächsten zwei Jahre durchkommt, dann ist Joshua Wagnumann mit dabei. Das sind so Aussagen, die kann man vielleicht auch bereuen. In Verteidigung tue ich mich ganz schwer. Ich glaube, es gibt nicht viele Veränderungen. Ich glaube, Schlotterbeck ist gesetzt. Ist dann 26. Ich glaube, der wird nur besser. Ich glaube, der wird erfahrener, abgezockter, fehlerfreier. Weil ich meine, bis aus seinen immer mal wieder auftauchenden individuellen Aussetzer, nenne ich es jetzt mal, wie auch bei der EM gesehen, ist das ja jetzt schon ein absoluter Top-Innenverteidiger. Und ich glaube, das nimmt ab, wenn du ein bisschen, wie gesagt, erfahrener wirst. Mein zweiter Innenverteidiger bleibt Jonathan Tah. Der ist dann 30. Könnt ihr mir vorstellen, dass er weiterhin Stammspieler sein wird. Bei Rüdiger bin ich mir eher unsicher. Der ist dann 33. Bei dem kann ich mir auch so zwei Szenarien vorstellen. Das ist so einer, der kann einer dieser Innenverteidiger sein, die so sind wie guter Wein und einfach immer besser werden. Richtig gut reifen sozusagen. Kann aber auch sein, dass der irgendwie in zwei Jahren von einer sportlichen Klippe gefallen ist und überhaupt nicht mehr mitfährt zur WM. Ich nehme ihn mal mit und nehme dann noch einen mit, der schon einen kleinen Case gehabt hätte für die EM jetzt. Einer der jüngeren Spieler mit Malik John. Wenn der weiterhin so spielt bei Milan, wie er es letztes Jahr getan hat, dann glaube ich, ist er in zwei Jahren mit bei der WM dabei. Ich bin gespannt auf so Namen wie Jan-Eure Bissek oder auch Amelbella Kocab. Ganz junge Spieler, die durchaus einen großen Sprung machen könnten. Und wir dürfen Waldemar Anton nicht vergessen, ich habe ihn jetzt mal nicht mitgenommen, aber wenn der jetzt zwei Jahre neben Schlotterbeck da eine herausragende BVB-Inverteidigung bildet, dann könnten die beide auch die Startelfspieler sein. Ich habe der Einfachheit halber jetzt 4-2-3-1 genommen, einfach die Aufstellung von der EM. Dann kommen wir zu den beiden Sechsern. Da wird es, glaube ich, zwei Veränderungen geben. Groß ist ja eh raus. Ein Pascal Groß ist dann 35, glaube ich, wird auch keine Rolle mehr spielen. Andrich und Can sind 31 und 32. Can war eh schon überraschend, dass er überhaupt dabei ist. Andrich könnte wieder dabei sein. Ich nehme ihn auch mal mit, er ist aber nicht mein Startelfspieler. Für mich sind zwei junge oder stand jetzt junge Spieler gesetzt. Zum einen Pavlovich. Auch hier wisst ihr mittlerweile, ich schwärme von ihm in den höchsten Tönen seit seinem ersten Bundesligaspiel. Wenn der auch hier einigermaßen verletzungsfrei die nächsten zwei Jahre übersteht, dann ist der in meinen Augen nächste WM zu 100 Prozent dabei. Und der zweite ist Angelo Stiller. Da bin ich sehr auf die Entwicklung gespannt und ich fände es ein spannendes Duo. Vielleicht ein bisschen zu ähnlich, aber Pavlovich kann auch so jemand sein, der ein bisschen mehr mit nach vorne geht. Pavlovich Stiller wäre in meinen Augen eine sehr, sehr interessante Doppel-Sechs in zwei Jahren. Deswegen Pavlovich Stiller, Andrich und, nicht nur um Niklasen gefallen zu tun, Anton Stach ist mit dabei. Dann kommen wir zu den offensiven Vier. Wirtz und Musiala sind natürlich dabei und Wirtz und Musiala sind auch gesetzlich. Jetzt, aber ich habe zwei Szenarien. Szenario 1, Wirtz und Musiala jetzt, wie wir das kennen, auf den beiden äußeren Positionen und Kai Havertz in der Mitte. Kai Havertz ist in meinen Augen zu talentiert, um in zwei Jahren nicht Startelf bei der WM zu sein. Aber ich kann es verstehen, wenn wir ihn nicht mehr auf der Neuen sehen wollen. Ich sage es immer wieder, Kai Havertz ist in meinen Augen am besten, wenn er hinter den Spitzen agieren kann, als hängende Spitze oder halt auf einer Zehn. Der hat sogar schon Achter bei Arsenal gespielt. Quasi so eine verkappte Achter. Aber das wäre eigentlich die perfekte Rolle für ihn. Diese Gündungan-Rolle übernehmen. Kai Havertz, ich stelle es mir richtig gut vor, Wirtz und Musiala daneben. Das wäre, glaube ich, mein Traum-Szenario. Und dann vorne drin, Maxi Bayer in zwei Jahren. Warum nicht? Weil ich glaube, Maxi Bayer könnte in zwei Jahren dieser perfekte Mittelweg aus Havertz und Füllkrug sein. Er hat das Tempo und die Flexibilität von einem Havertz und vielleicht dann in zwei Jahren die Kaltschnäuzigkeit von einem Fülle. Vielleicht nicht die Kopfballgefahr so, aber jemand, der mit beiden Füßen abschließen kann, enorm torgefährlich sein kann. Fände ich extrem spannend. Du nimmst natürlich für vorne, nimmst du einen 33 Jahre alten Super-Joker Niklas Füllkrug mit, ist klar. Dennis Undorf nicht zu vergessen. Und dann möchte ich euch noch ein zweites Szenario vorstellen. Weil wenn Havertz nicht diese Zehnerrolle übernimmt und Wirtz nach innen rückt, damit man vielleicht auf Außen ein bisschen mehr Eins-gegen-Eins-Stärke und Tempo hat, Wirtz in die Mitte und Brian Gruder rechtsaußen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Liroy Sané ist mit dabei bei mir mit 31 und für die linke Seite, finde ich, gibt es einige Optionen. Aber ich glaube, da bleibe ich mal bei Chris Führig als Backup-Option. Das ist mein Kader für die WM 2026. Wir sehen uns dann in zwei Jahren wieder. Schauen da vielleicht mal drauf, wie viele davon richtig sind. Aber das wäre eine Startelf, egal jetzt, ob mit Gruder rechts, Wirtz in der Mitte oder Havertz in der Mitte und Wirtz rechts. Das ist eine Startelf, die vielversprechend aussieht, die spannend aussieht. Und dann wird es noch ein, zwei Überraschungen geben von Leuten, die komplett explodieren, leistungstechnisch, in den nächsten zwei Jahren. Und jetzt kommen wir zur abschließenden Frage. Die kommt von Rees. Moin Krügi, eben kam die Erklärung zum neuen Draft-System in der Baller League. Wie findest du die Lösung? Seid ihr schon gut vorbereitet? Das kurz zum Abschluss. Es gibt ein kleines Erklärvideo auf der Social-Media-Seite der Baller League. Denn es geht schon sehr bald wieder los. Nächsten Montag ist Draft. Die gönnen uns keine Pause. Die EM ist vorbei. Einen Tag später fahren wir nach Köln, zu dritt, um unser Team für die zweite Baller League-Saison zu draften. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Wir werden einiges austauschen müssen auch aus unserem Team, weil man darf maximal fünf Spieler halten. Und davon darf ein Spieler eine Wildcard sein. Ich sage jetzt noch nicht, welche Spieler wir halten, weil ich glaube, das wird dann so nach und nach bekannt gegeben. Aber wir haben uns schon festgelegt. Es ist natürlich hart, auch gegenüber von anderen Spielern, denen dann zu sagen, ey, wir dürfen nur fünf mitnehmen und du bist keiner davon. Aber solche Entscheidungen musst du dann treffen. Ich finde es aber auch grundsätzlich ganz gut, dass so ein bisschen die Teams durchmischt werden. Es gibt ein neues Draft-System, was ein bisschen sehr nach amerikanischem Vorbild ist, was ich grundsätzlich gar nicht schlecht finde. Ich finde, der Draft letztes Jahr war ja auch ein bisschen chaotisch irgendwo. Alle picken gleichzeitig. Sehr unübersichtlich gewesen teilweise. Dementsprechend finde ich das nacheinander ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie lange das dann dauert, weil das sind einige Picks. Und es wird erst so stattfinden, dass wir, wir sind ja Zweiter geworden, wir picken als Vorletztes. Und wir picken die ersten, ich glaube, drei Runden als Vorletztes. Und ab dann gibt es ein Snake-Draft-System. Das kennt ihr, wenn ihr Fantasy-Football spielt beispielsweise. Dass wir, die als Vorletzter gepickt haben, dann in der nächsten Runde als Zweiter dran sind. Ich hätte mir gewünscht, und das haben wir auch so kommuniziert, dass von Anfang an ein Snake-System, also ab Runde zwei sozusagen, die Reihenfolge umgedreht wird. Weil ein Draft-System macht ja in meinen Augen nur Sinn, wenn die Mannschaft, die gewonnen hat, auch so zusammenbleibt und potenziell dann wieder die stärkste Mannschaft ist. Aber da wir ja, ein Großteil der Mannschaft, die Mannschaftsgröße wird auch noch erhöht, von neun auf zwölf Spielern, was ich auch grundsätzlich begrüße, weil dann bleibt so ein Mannschaftskern eher bestehen. Und man muss nicht immer sich Wildcard suchen, wenn man mal eine Verletzung hat. Aber da ja, also es waren vorher neun Spieler, fünf Spieler behalten wir, beziehungsweise halt eben mit Wildcards waren es ja noch mehr Spieler. Aber sagen wir mal, von diesen elf Spielern dürfen wir fünf behalten. Und jetzt kommen noch mal sieben neu mit dazu. Unser Team und auch das Team von den anderen Mannschaften, die im Final vorstanden, wird ja ganz anders aussehen als letztes Jahr. Sprich, wir wissen ja gar nicht, ob wir wieder gut sind. Und wir werden ja aber dafür benachteiligt, dass wir gut waren mit einer fast anderen Mannschaft. Deswegen, da bin ich mal gespannt. Natürlich ist das aus unserer Sicht kritisch zu betrachten. Ich glaube, aus Sicht einer Mannschaft, die als erstes pickt, ist es super. Klar, ist natürlich auch immer eine Betrachtungsweise. Sind wir schon gut vorbereitet? Nee, ehrlicherweise noch nicht, weil wir haben jetzt erst den Draftpool bekommen mit den Spielern, die überhaupt zu picken sind. Und wir warten noch auf Videomaterial. Das sollte aber jetzt zeitnah uns zur Verfügung gestellt werden können. Und dann werden wir in die Vorbereitung gehen. Aber wir sind relativ zuversichtlich, was unseren Fünferkern angeht. Wir haben auch schon Gespräche mit potenziellen Wildcards gefühlt, die uns dann auch weiterhin supporten werden. Nächste Saison, die jetzt nicht in unserem Fünferkern drin sind. Und mal sehen, man kann natürlich dann auch im Draft sich auch wieder Spieler holen, die man jetzt abgegeben hat. Noch eine Sache, die ihr auch in dem Video sehen werdet, mit den Trades, mit den möglichen Trades, dass du Picks gegen Spieler tauschen kannst. Bin sehr gespannt, ob es da überhaupt einen Trade geben wird. Also, das bringt natürlich noch einen ganz anderen Strategieaspekt rein. Grundsätzlich finde ich die Umstellung gut. Grundsätzlich finde ich die Umstellung gut. Ich hätte mir nur einen Snake Draft ab Runde 1 gewünscht, beziehungsweise ab Runde 2. Aber grundsätzlich freuen wir uns natürlich auf die nächste Saison. Ich hoffe, ihr auch. Ab Montag geht es los. Und dann die Woche drauf, der erste Spieltag. Das soll es aber an dieser Stelle von Frau Calcio gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wie gesagt, Video liken, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Video. Und dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank.